Ich bin heute bei BBG. BBG ist die Blau-Weiß-Belger Group, wo ich das Blau-Weiß-Belger-Sperma herbekomme. Das ist der weltgrößte Anbieter von Blau-Weiß-Belger-Sperma und der hat halt wirklich so tolle Stelle, dass ich einfach ganz gerne mal davon ein paar Videos zeigen möchte und auch den Verkaufsberater Simon Noppen zu Wort lassen möchte. Weil wir in der Hybridzucht unwahrscheinlich viel ältere Kühe bekommen, die im Schnitt ungefähr eine halbe Laktation länger produzieren, brauchen wir halt weniger Nachzucht und das Beste, was wir machen können, ist, dass wir dann Nachzuchten erzeugen, die wirklich für die Fleischproduktion super interessant sind. Und aus meiner Sicht ist Blau-Weiß-Belger da wirklich der ideale Kreuzungspartner. Wir setzen gezielt Bullen ein, die einen leichten Kalbeverlauf haben. Das heißt, die Blau-Weiß-Belger-Kalber, die sollten nicht mit Kaiserschnitt aus der Kuh rauskommen, sondern auf natürlichem Weg geboren werden. Die Bullen werden vorher getestet und wenn der Kalbeverlauf gut genug ist, setzen wir die für die Kreuzungszucht ein. Ja, ich hoffe, dass das Video interessant für euch ist und gebe jetzt ab an Simon Noppen. Hallo Alan, herzlich willkommen hier bei BBE, die Belgische Blaue Gruppe. Hier in Cine, Belgien. Heute haben wir 160 Bullen. Ich glaube, 90% ist sicher für Kreuzung auf Milchvieh. Und alle unsere Bullen sind getestet für leichte Kälbungen und sicher für gute Bemuskelung, sodass die Züchter eine hohe Verkaufswerte bekommen, wenn sie die Kälber verkaufen. Also jeder Bulle bei uns hier bei BBG hat seine eigene Box und die Bullen können jeden Tag draußen laufen. Also sie haben ihre eigene Weide und ja, sie sind glücklich eigentlich. Das ist für uns sehr wichtig. Es ist toll zu sagen, aber eine glückliche Bulle produziert viel Samen. Was wir auch können sagen, ist, dass alle Bullen sind getestet und seit einigen Monaten sind unsere Bullen auch genomisch getestet. Also das heißt, dass die Züchter, die unsere Bullen benutzen, eine hohe Sicherheit haben, wie unsere Bullen produzieren gehen. Unsere Kreuzungsbullen sind verfügbar bei Hybrid Genetics und wir haben eine sehr tolle Zusammenarbeit mit Hybrid Genetics. Die Philosophie mit Udo ist wirklich, seine Philosophie ist sehr gut und die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Und bei Hybrid Genetics haben wir drei Bullen laufen, sowie Sire, Mairus und Intrepid. Vielen Dank Simon. Ja, Simon hat das gerade schon gesagt. Wir haben Mairus, wir haben Sire und wir haben Intrepide im Angebot. Wenn da weitere Bullen sind, die interessant sein sollten, wir werden irgendwann sowieso wieder neue Bullen aufnehmen. Dann können wir gerne miteinander sprechen und schauen, ob wir die Bullen verfügbar machen können für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.